so willkommen zurück zu let's play gta 5 was ich habe mir snacks rein ok da können wir doch noch mal zugreifen snacks wenn sich geht leider nicht okay ich könnte eigentlich wieder mit gamepad so ja was machen wir diese folge heute wir fahren endlich dahin für die mission und als der stadt verband ja das wissen wir schon aber wenn ich jetzt auf die karte ok wir könnten fallschirmspringe machen 8,35 kilometer ich würde sagen ich gebe mal die fahrt oder ja ich denke schon also bis hin und gleich wieder wir hätten hier wieder eine gute tat da gucken wir doch kurz mal hin oder ein ereignis besser gesagt hey got room for one more hier sagt du oh la la du kannst natürlich mitfahren so big favor can you take me to the top of vinewood hill bei the sign thank you this is so sweet of you I was starting to think no one would stop short trust boos vulnerable but playful demeanor what more does a girl have to do these days haha 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 you'd expect at least a couple of old sharks to come sniffing but along you came thank god I hate you sure how to take that right there just promise me you're not going to wear my skin or imprison me in a crawl space for 20 years joke kind of you're cool right sorry sorry i'm coming down i've been hurting like a biatch yesterday was a blizzard man i don't even remember getting out of bed let alone going to bed good times okay okay and uh what's on top of vinewood he is i'm going to see my man he's a security guard at the broadcast tower right behind the famous vinewood sign he's been stressed out really working long hours so i thought i'd surprise a big lug we haven't seen each other for like a week or maybe it's two i don't know crazy how time flies wait that's my phone speak of the devil hey sweetie i was just talking about you to this guy who was nice enough to give me a ride no not like that i'm pitching back into town yeah i know what happened last time but i'm pretty sure okay i ran out of money or i would have gotten a cab yes all the thousand you gave me what's the big deal i said i'd pay you back i'm sorry okay my phone was out of juice i only just got it charged i was staying out of friends at sandy shore you know brianna or susie no i haven't spoken to him in weeks this is just some random guy i swear calm down babe good would you tell him are you talking to me yes tell him you're not a guy called brian you're just some random guy wait a minute what just shout it i'm just some random guy not called brian man there babe you believe me now babe babe dude i don't know what i was saying i never see all the other people they're serious and responsible pay your bills stay for the future type and i'm the sexy bohemian go off for days and do x in the middle of the desert type Oh, jetzt ruft er wieder an, oder was? Das ist gut, danke. Du bist ein Bass. Insofern, muss ich gehen. Ich werde dich später telefonieren. Nicht sagen, Brian, richtig? Was? Nein, nur eine von meinen Freundinnen. Ich bin jetzt wirklich fliegt. Ich werde meine Augen für ein paar Minuten, wenn das cool ist. Mal sehen, ob ich mich in einen zweiten Wind powernetze bin. Also, die Bühne, hinter dem Binewood-Signal? Ich glaube, es ist Mount Haunt Drive. Halt, wenn wir da sind. Du bist ein Bass. Und nicht mich oder was. Okay? Mann, du bist ein Stück von Arbeit, Frau. Das ist echt ein krasses Mädchen. Alter Schwede. Jetzt sind wir wegen der extra zurück in die Stadt gefahren. Ich wollte doch eigentlich die Mission machen. Aber was man nicht alles macht. Ja, da ist er. Hey, Baby! Surprise! Und wer ist dieser Typ? Was? Kein Kissen? Hey, Punk. Was denkst du mit meiner Frau? Ich bin mir noch drin. Nein, mich nicht zu kümmern. Nein, mich nicht zu kümmern. Nein, mich nicht zu kümmern. Nein. Ich habe nichts gemacht. Nein, mich nicht zu kümmern! Ich habe nichts gemacht. Ich bin mir nicht zu kümmern. Was hast du mit ihm getan? naja ok der wachmann hat glaube ich nichts dabei gehabt schade das heißt dann mal wieder mit franklin wollte ich ja eigentlich noch kurz zum ammunition fahr ich hier kurz vorbei auch nee 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 ich wollte gott wie fahr ich denn da am blödsten ich fahr doch jetzt hier nicht die strecke entlang oder 6,3 km ich würde mal wieder sagen kurzer cut und wir sehen uns dann gleich später wieder bis dann ja so und da vorne ist schon der ammunition shop da kaufen wir jetzt lieber mal mit franklin noch mal ein bevor wir die mission starten was brauchte denn eigentlich er braucht einmal sturmgewehr munition ganz wichtig oder habe ich schon voll standard magazin größeres magazin jetzt ist auch schon voll 730 warum das bloß beim travel und so weiter konnte ich doch bis bis 2000 3000 oder so auffüllen höchst 760 hat der heck 412 die wir man nie brauchen mini kann könnte man auch kaufen ja dann noch eine panzerung zur panzerung und ab geht's sehr komisch oder der bei balken zeigt an wie viel körperpanzerung du hast okay okay dann würde ich mal sorgen auf zum endspurt also hier sind wir wieder auf dem weg zu verlassenen hütte sage ich jetzt einfach mal wir haben jetzt dann bald wieder die brücke oder irgendwo hier hier ist die brücke genau so und dann gucken wir mal ob diesmal unterbrochen wird oder ob ich die mission starten kann weil ansonsten komm später wieder das heißt ich muss zu einer anderen uhrzeit kommen oder wie weil im ernst ich habe mit franklin nichts zu tun mit trevor und mit marconet deshalb würde ich mal sagen ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen und melde mich heute dann wieder wenn es weiter geht sozusagen wo stelle ich mich daran blitzen hin einfach mal einfach mal so zack also bis gleich jetzt hat bis jetzt bis jetzt bis jetzt All right, I'm the CEO of a big international corporation, it's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of pleasure. You know, you know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us... Please, fucking insanity, then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Oh, hold on, man, can y'all knock this shit off? Oh, look, boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six, this is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie! I do not get things wrong. All right, great, and we're out of here. Fuck you, go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day. Keeping the country safe from scum like you. And you've won a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on, come on, mister leisure wear, mister depressed accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Ha ha, bullshit. Yeah, which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. Alright, so let me get this straight then. No, 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 there is no getting this straight, that's the point. Now we're doing this. You two, we're on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? No, this can't be interesting. Oh, yes. Natürlich, darf, darf oder muss ich fahren? Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities? A joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here it goes. Oh, up ins Meer. Okay. So. Das ist jetzt eine gute Frage. Sind wir schon mal getaucht, abgetaucht? Bestimmt schon mal. Also, wir waren ja schon mal in einem U-Boot drinnen. Aber so richtig tauchen, ist ja auch richtig gut. Richtig gut gemacht. So, und durch irgendwelche Kanäle. Okay. Also, erst mal ein Gitter aufschneiden, oder was? Aufbrennen. Ah, okay. Ach, das war schon okay. Okay. Aber immer wenn es klappt. Das ist ja auch cool gemacht, dass wir jetzt das schwarze dürfen. Oder aufschneiden, besser gesagt. Echt cool. Okay, mit Treibstoff könnte man, glaube ich, auch hinkommen. Oder sind das, ich hoffe, es ist bloß ein Gitter. Sonst könnte es schwierig werden. Aber zwei müssen wir auch schaffen. Okay. Und das letzte noch. Sack, wunderbar. Sehr schön. Schaffe dir Zugang zum Labor, also das heißt. Ich muss vielleicht nochmal irgendwas aufschneiden. Ich hoffe mal, die Turbinen werden da nicht angeschalten. Weil dann... Das Problem mit diesem Job ist, dass ich nur die Kriminale wissen, die dumm genug sind, um sich zu verabschieden. Ja, nur ich war nicht zu verabschieden. Schmerzt? Ich verabschiede mich selbst in. Du machst einen Punkt. Das macht dich doppelt dumm. Wow. Alter Schwede. Aber wir kommen gut voran. Das ist auf jeden Fall ganz gut gemacht. Das ist bloß die Frage, wie weit das jetzt noch geht. Letzte Turbine. Ah man, nice. So, und auftauchen. Guckt das dann? Ja, sehr schön. Oh, falsche Richtung. Okay.